Noch mehr Daumen. Ja, es ist mir sehr peinlich. Vorhin habe ich alles Mögliche gemacht und leider habe ich dann erst am Ende gemerkt, dass gar nichts zu hören war. Ich hoffe, dass jetzt trotzdem noch ein oder zwei Personen meiner wichtigen und ernsthaften Performance zuschauen können. Ich werde auch versuchen, sie aufzuzeichnen und möchte euch dann alle herzlich begrüßen. Liebe Avatarinnen und Avatare, liebe Mitmenschen, liebe Sonstinge. Herzlich Willkommen. Ich möchte eine kleine kurze Kunstperformance jetzt durchführen, weil in den letzten Tagen und Wochen sind mir vier Personen besonders aufgefallen durch ihre Äußerungen. Und darauf wollte ich ein wenig eingehen. Es sind die wichtigen Persönlichkeiten. Herr Jens Spahn, Herr Christian Lindner, Herr Alexander Dobrindt und natürlich auch Herr Markus Söhner. Also das magische Viereck, das Quadrat, der Quadratsschädel. Nein, nein. Also jedenfalls, diese Menschen haben Äußerungen getan in der Öffentlichkeit, die ja nun wirklich durchdrungen, durchdrängt waren vom Geist, der Vernunft, der Toleranz, der Humanität und auch der sozialen Attitüde. Ich wollte jetzt eine kleine optische und auch akustische Performance dazu machen, die in der Wichtigkeit und Ernsthaftigkeit dem, was dann gesagt wurde, möglichst in nichts nachsteht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und so, das war's auch schon. Ich bedanke mich bei allen und hoffe, es war doch irgendwie interessant und immer auf alles Gute und see you.